Wenn du einfach behindert bist. Ähm, falsch wieder. Keine Rückmeldung. Äh, blub, 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 blub. Ach, das hab ich noch nie gehabt. Dass das da dran ist, liegt. Ist vor allem, ne? Kannst du manchmal haben. Ja, klar. Ähm, Connection Detection ist sogar aus bei mir. Ja, komisch, ne? What? What? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich mach das einmal wieder an. Will ich ja sehen. Ich hab da echt grad nur ein schwarzes Bildschirm machen. Kann ich aber nichts mehr. Ja. Ich weiß nicht, warum Minecraft grad nicht laden will. Keine Ahnung. Wow, Minecraft hat geladen. Ich wollte grad schon Photoshop anmachen. Ja, was denn, ne? Schon mal live einfach so ein Bild gemacht. Oh, das geht ja schon wieder. Ja. Aber es steht schon Login. Ich glaub ich mach das so. Wenn immer, wenn es schwarz wird, biete ich jetzt immer einen Zehenwechsel an. Hm. Wie oft kann ich jetzt so... Bam, 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 bam. Wie oft kannst du noch drücken? Ah. So. Gucken wir mal, ob es jetzt besser läuft, bestimmt nicht. Schmeißt bestimmt Kredit ab. So. Wie gesagt, das Ding ist generell hier unten im Boden drin. Ja, wie gesagt, muss da auch nicht in jedem drin sein. Das ist in den Boden reingesetzt. Ja, aber dann müsstest du von jedem Ding dahin porten können. Also, da könnte es auch nicht in dem, wo wir jetzt was... Ja, man muss das halt freiräumen, weißt du doch. Und dann such. 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 Ähm. Warte mal, ich geh mal da runter. Hab ich jetzt zwei davon, ja. Oh, das war... Jetzt hat er sich wieder fretschen gebraucht. Da wolle ich hin. Soll ich die Diskette mal raus? Oh. Ähm. Da oben hin. Geht mal gucken. Bitte lass es reichen. Ja. Das Ding ist standardmäßig da unten drin. Im Boden. So, hier fällt auch noch einer. Ähm. Da ist das Ding. So. Kann ja mehr viele fehlen. Hier kann noch fehlen. Da. Da hab ich, da hab ich, da hab ich. Aber das Film funktioniert irgendwie auch nur, wenn die Welten drin sind. Ja, dann ist ja klar. Sonst wärst du ja nicht... ...nah danierend. Ja, da nennt er, nennt er könnten mal mit... ...und wieder unten. Wir arbeiten mal mit 20 Prozent. Das reicht. Mach doch. Autsch. Autsch. Was fällt dir einem? Ich hab zu schießen. Ich hab jetzt halt den Maus zu essen. Du musst 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 essen. Am Wurzwurz. Dias holen und... ...dass wir das dann... ...mit der Endequerie alles abbauen. Sollten wir doch machen. Oh, ich brauch ein, ich brauch ein Deer. Nein. Und tschüss. Haben wir ein Deer? Wir haben, ja. Ciao Centos. Ich hab schon gesagt und tschüss. Hat aber gerade erst die Meldung gesagt. Aber die Flasche hört ja nie zu. Flatsch. Lorium haben wir bestimmt auch schon irgendwo. Äh. Optifine. Lorium. Elorium. Flatsch. Wir haben... Wir haben kein Elorium. Doch da. Doch. Ja, aber nicht viel. Ja. Elio... Elulilum. 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 Ah. Vielleicht waren generell Probleme auf der 1.4. Äh, 104. Weiß ich doch nicht. Kann auch sein. Wenn wir das selbe wählen. Ich bin ich der Helse. Obwohl ob die Feinheit ist ja schon ganz Zeit drin gewesen und war ja ganz Zeit nichts. Und wo ist das ganze Wetter schon wieder hin? Bei mir. Wie bei dir. Nicht bei mir. Wie bei dir. Wie bei dir. Halt die Fresse... Arschloch. Wachkopf ist wieder oben mit dem Sterne drin. Oh. Ach so... Jo, lass ihn doch... Wann hat er sonst keine Freunde? Hab ich nicht gesagt. Hat er doch wahrscheinlich auch gar nicht außer dem Malch. oder er denkt das zumindest ich bin aber keine kacke wurst ja mein kopf kommt schneller ein power tab ich komme ich baum einen anderen reaktoren double ich kann passieren dass ich jetzt noch sterbe wir verbrauchen ruhig noch ein leben daraus fliege wurde die ganzen monster auftauchen dann ist doch nicht mein problem doch sind auch deine herzen alle verbrauchst das ist komisch beim letzten pack habe ich haben wir auch ganz schön viele herzen nicht mit dazu bekommen ja hier nicht mal ist das spiel so dass das spiel nicht so ja das war ich einfach daran noch einer ich habe einen hammer gefunden und ich habe gleich keine reaktor casings mehr ich habe noch einmal gefunden oh mein gott er hat ein hammer gefunden naja wenn er noch nicht mal dazu kommt ein stein soll das ding kann doch nicht mal gehäuter bauen und da wird auch nicht immerhin etwas nicht mal habe ich gesagt ja immerhin etwas kann er dann nämlich gar nichts ja aber das kann er so gut wie du genau so wie du zombie ach halt's maul ey ihr nervt was los die einen immer runterschießen ja hier ist noch eine eigene spitzsack drin ja zombie nervt nicht maschloch maschloch tut ouch und da geplomst ja ist gut ja jagt euch mal selber in die luft du bist so unentspannt du musst mal ein bisschen entspannen bin ich unentspannt bisschen kot entspannt ja ja iiih das ist ein bisschen ekelhaft findest du dass du kot entspannt bist ouch du hast hier nur durch die gegend geballert ich hörs ich hörs boah ihr dreckficher ich geh mir grad gewaltig auf den sack boah wo kommen die ganzen skelette denn jetzt her die wollen liebe von dir mhm du mich auch ciao siehst du das war ein zombie boah ey was ist das denn für eine scheiße jetzt gewesen hast du vielleicht gar keine rüstung mehr doch hab ich aber wenn mit einmal keine ahnung zehn skelette oder so da rum hängen ja machst du auch da immer the fuck ich hab's sicher ich hab ja keine herzen mehr ja schön warum alter der hätte das immer sterben muss irgendwie ist ob die fallen gleich ohne ob die fallen vor scheiße hey was ist denn jetzt das problem bei mir lädt da so scheiße dann alles ich weiß auch nicht warum mit optifan läuft das eigentlich besser alles bei mir komisch aber liegt dennoch bei dir so fps mäßig wenn viele monster da sind ja es geht wow wow die ganzen scheiß indermänner oh weg da du weißt wenn du wenn kein leben mehr da ist und einer wieder stirbt dann ist das ganze eventar auch weg weiß sag's ja nur ich weiß das doch aber bei mir stehen jetzt nur noch zwei leben 2 if you die you are out ne das heißt wenn du stirbst bist du raus ach ne flash ich weiß das doch brauchst du mir nicht erzählen ja dann sag ich mal so vorab schon ne was da dir das nicht erzählen brauch auch muss trotzdem wieder runter da sind noch items ja dann geh doch mal entspannt runter und vielleicht mal ein paar fackeln mitnehmen das bringt auch nix das bringt auch nix wenn du vielleicht mal so eine stärke tragen kann man auch noch ist da mal mit ich kam ja auch nicht dazu mich zu regenerieren das war ja das problem gleich mal ein paar blöcke mitten zum einbau ja wenn du ganz halt von den skeletten hin und her geschossen wirst geht das auch nicht du penis du bist nur am rummeckern hier nur am rummeckern nein ach man wer hat denn die kiste hier die untere zugemüllt das kann nur dein zeug gewesen sein ich eben ich brauchte platz um die sachen noch zu messen ja dann schmeiß doch bitte richtig rein ich kann auch kein ME system machen für dich ist ein ME system das beste rein werfen und weitermachen ja rein werfen und weitermachen schrecklich schrecklich mit dir so ich glaub da fliegt was um dir rum ne um dir ne um dir ich hab kein magnet an ne ich auch nicht jetzt hab ich ihn an wo müssen das trotzdem um dich rum geflogen hast du den anderen magneten zufällig an nein hab ich nicht hab ich dann ausgemacht findest du äh reaktorteile waren das nur kann das nicht sein äh dann sind die jetzt dann sind die doppelt gedroppt jetzt ich hatte keine reaktorteile im übrigen ok ich hab dir die grad hingeworfen ja toll und ich baue mir einen reaktor controller du bist ein Held nein die hab ich grad bekommen ja 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 ich hab die eben erst bekommen ach ich hab eigentlich die ganzen Diers die ich hatte ich hab nicht ich hab nur ein Dier rausgenommen ach da 6 Stück viel brauchen wir denn eigentlich für diese Query ähm in der weil dafür musst du auch erstmal das ME System laufen ne ja da kommste früh drauf hm ich sag da kommste früh drauf dass wir das brauchen ne ich mein ja nur du Arschloch hm Ch8 10 11 ok davon haben die 2 haben wir noch 12 obsidian toll ja nur kann ich kann nicht machen wir haben eine ebene wo wasser ist wo lava ist meine ich das sollte es gereicht ja er musste gerade was einstellen die ich weiß nicht ob ich das im e-controller umbauen muss ich mal das bitte gleich angucken wie groß 100 send energy ohne diese ganzen köpfe und doch schön sind doch schön die ganzen köpfe da alle glaube ich auch vernichten das war es dann noch mit der kiste natürlich nicht hier die die farbe deswegen wäre das schon geil wenn wir diese abbauen können im e zeug hat die menschen kommen wieder die große system ja wir brauchen die lorium das ist das problem ja 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 gut ich weiß ja und die bäume hier am abhacken da kommt es gerade im passen moment ne ich bäume abpacken und du sammelst das ganze zeug jetzt und sind jetzt auf einmal hier war eben schon hier wollte den rest noch fertig machen halt ach so jetzt auf einmal bloß einst live stil ok ach so die level bleiben aufgespeichert ne normalerweise sollte hast du da glas zwischen gemacht nein das war schon warum irgendwas passt hier nicht das war so ist überhaupt fertig ja ja aber es leuchtet nur ein kreis ja ja wie meine ich ja ob der überhaupt fertig ist ja ja aber nimm mal bitte dein magnet aus jetzt kommen die ganzen dinger zu dir hin machen wir ihn bitte aus ne warte doch erstmal ich bin doch hier gleich fertig ja dann war ich das im e system nicht mehr völlig schau ein net ne